So, herzlich willkommen im Garten vom Wetter, Uli. Und jetzt zeige ich euch mal von wegen Vogel, Uli. Guckt euch das mal bitte an. Ich habe mit meiner Tochter einen wunderschönen kleinen Vogelkasten gebaut, einen Nistkasten. Und wer wohnt da drin? Verdammte Axt. Wespen. Denen ist offensichtlich so heiß, dass sie gerade mit den Flügeln ihre Jungen da drin irgendwie kühlen. Das ist doch furchtbar, oder? Ich bin also nicht nur der Vogel, Uli. Ich bin auch der Wespen, Uli. Na toll. Ich bin auch der Wetter.